Du bist eine jüngere Führungskraft und du fragst dich, wie du deutlich ältere, Ü50, Mitarbeitende führen kannst oder sollst? Oder sollten diese Omas und Opas eher in Ruhestand gehen? Die fünf Tipps dieses Videos geben dir die Antwort. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Du bist also eine jüngere Führungskraft, vielleicht Mitte oder Ende 20, Anfang 30 und du fragst dich, wie du die deutlich älteren Mitarbeitenden führen kannst oder sollst? Nun zum einen, ich bin Ü50 und dieses Video kam zustande, nachdem ich ein Interview geführt habe, zum Umgang mit älteren Mitarbeitenden, geführt durch jüngere Führungskräfte. Und die Tipps, die ich dort gegeben habe, zeige ich dir in diesem Video. Und der erste Tipp ist, Respekt und Wertschätzung zeigen. Es ist wichtig, dass du die Erfahrungen, das Wissen, die Kompetenzen der älteren Mitarbeitenden akzeptierst, respektierst und auch zuhörst. Zeige ihnen gegenüber eine Wertschätzung für das, was sie getan haben und erkenne, dass sie Beiträge zur Organisation bringen und gebracht haben. Weißt du, ein respektloser Umgang von dir mit Älteren ist ja die Grundlage dessen, dass es nicht funktionieren wird. Weißt du, grundsätzlich respektlos als Führungskraft zu sein, ist ein absolutes No-Go. Gegenüber Älteren natürlich erst recht, weil viele Ältere, kann ich von mir so sagen, dass sie natürlich Respekt erwarten, aber eben nicht nur von Jüngeren, sondern von jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe. Deswegen respektiere alle Mitarbeitenden gleich, dann hast du zumindest schon mal die erste Grundlage gelegt. Tipp Nummer zwei zur Führung älterer Mitarbeiter, offene Kommunikation fördern. Schaffe eine offene und vertrauensvolle Kommunikationskultur in deinem Umfeld, wo Meinungen und Ideen aller gehört werden. Und wenn wir auf alle Ideen hören und diese zuhören und diese schätzen, dann tun wir das eben auch mit den Ideen der älteren Mitarbeitenden. Nehm dir auch Zeit für persönliche Gespräche und höre auch zu, aktiv, um deren Fachwissen und ihre Perspektiven zu nutzen. Weißt du, die älteren Mitarbeitenden haben schon viel mitbekommen und jetzt geht es nicht darum, dir irgendwelche alten Storys anzuhören, sondern zuzuhören, was daraus du mitnehmen kannst für dein Team. Deswegen richtig zuzuhören ist schon unglaublich wichtig. Sie sind ältere Mitarbeitende, sind auch sehr, sehr oft schon mit vielen Situationen in Kontakt gekommen, von denen du profitieren kannst, wenn du das Wissen abgreifst. Auch hier gilt generell, wenn du Menschen mitnehmen möchtest, wenn du als Führungskraft gewisse Ziele erreichen willst und deine Mitarbeitenden mitnehmen willst, dann musst du ihnen zuhören. Damit sind 80 Prozent des Weges gegangen und Menschen akzeptieren Entscheidungen, deine Mitarbeitenden, Entscheidungen viel eher, wenn sie die Chance hatten, gehört zu werden. Wenn du aber grundsätzlich nicht zuhörst oder wenn du sagst, ja, ja, das war bei euch früher so, jetzt ist alles anders, ja, dann kannst du die Dinge, die doch nicht so anders sind, auch nicht erkennen. Und manche Dinge sind für dich als junge Führungskraft komplett neu und deswegen muss man die unbedingt ganz schnell beispielsweise angehen. Und die älteren Mitarbeitenden, wenn du ihnen zuhören würdest, würden vielleicht sagen, naja, das haben wir schon zehnmal so gesehen. Nun, diese Aussage, das haben wir schon zehnmal so gesehen, würde dich vielleicht aufregen. Der Punkt ist der, es ist jetzt bestimmt anders als die zehn Male davor, aber nicht komplett. Und das, was die letzten zehn Male funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, dir zumindest anzuhören und zu sagen, okay, was wurde denn früher gemacht? Wie wurde damit umgegangen? Was würdest du davon jetzt wieder so machen oder nicht so machen? Kann dir unglaublich helfen. Und dann nutzt du deine Mitarbeitenden sogar quasi als Coaches für dich, um einen Vorteil zu bekommen, um eben nicht nur auf die aktuelle Situation zu schauen, sondern eben schon auch davon zu lernen, was man früher erkannt hat, gemacht hat oder nicht gemacht hat, um es jetzt besser zu machen. Und dadurch nimmst du vor allem auch die älteren Mitarbeitenden mit und die werden dich unterstützen in den neuen Wegen, die du dann mit ihnen gehen wirst. Zusammengefasst, nutze die Erfahrungen von älteren Mitarbeitenden und die Ruhe, die sie oft auch mit reinbringen, gerade wenn du Situationen erlebst, die für dich völlig neu sind. Mir gegenüber solltest du übrigens auch eine offene Kultur der Kommunikation pflegen. Drück jetzt auf den Daumen nach oben, Knopf, wenn es dir gefällt. Tipp Nummer drei, generationenübergreifendes Teamwork fördern. Schaffe die Möglichkeiten für den Austausch zwischen verschiedenen Generationen. Ganz aktiv Zeiten schaffen oder Meetings schaffen, in denen gesagt wird, wie wurden die Dinge früher gemacht? Wie haben sich die Dinge auch entwickelt? Wie würden die älteren Mitarbeitenden vielleicht auch heute anders da rangehen oder sagen, ja, das würde ich genau so wieder machen und dann aber zusätzlich Folgendes noch verändern? Oft haben wir auch Frust über veraltete Prozesse, auch bei älteren Mitarbeitenden. Und wenn du die dann eben beispielsweise auch fragst, wie kam es eigentlich dazu, dass so vorgegangen wird? Dann wirst du mitunter erkennen, dass es dort Gründe gibt, die für dich völlig unklar sind oder völlig unsichtbar, weil du das gar nicht sehen konntest. Und wenn dir dann Mitarbeitende, die schon lange im Unternehmen sind, erklären, warum so vorgegangen wird und du dann eben sagst, okay, kann man es jetzt dann anders machen? Früher ging es vielleicht nicht, aber jetzt geht es anders. Dann zeigst du wiederum Respekt gegenüber dem, was früher gemacht wurde und führst dann letzten Endes die gemeinsam mit deinem Team auf einen neuen Weg, um es eben anders zu machen. Ganz wichtig ist auch, wenn dir solche Termine beispielsweise habt, um über solche Sachen der Vergangenheit zu reden, akzeptiere kein Altersbashing. Akzeptiere nicht, dass jüngere Älteren gegenüber dann sagen, naja, aber ihr kriegt es ja nicht mehr mit, wie das jetzt heutzutage geht. Und umgekehrt aber auch nicht. Lass es auch nicht zu, dass ältere Mitarbeitende über euch jüngeren Mitarbeitenden herziehen und sagen, ja, die beispielsweise Gen Z, die wollen ja nicht arbeiten. Das stimmt nicht. So wie wir Ältere nicht alle über einen Kamm stehren können, können wir das auch bei Jüngeren nicht. Deswegen musst du als Führungskraft unwahrscheinlich aufpassen, grundsätzlich, dass weder von den Älteren gegenüber den Jüngeren, noch in die andere Richtung eben mit Vorurteilen hantiert wird und das von dir zugelassen wird. Wenn du deine Leute dann richtig einsetzt, grundsätzlich gilt hier auch Personen, Mitarbeitende immer Aufgaben, alters- und fähigkeitsbasiert einzusetzen. Und bei Jüngeren, ja, da ist es so, die sind eher die Sprinter. Und die Älteren wie ich sind eher die Ultramarathonläufer. Ich laufe 90 Kilometer Ultramarathons. Da gibt es nicht ganz so viele 19-Jährige dabei. Und Ältere können auch Ruhe reinbringen, können die Effizienz steigern, können besonnener handeln, weil sie eben einfach ein bisschen mehr Ruhe haben. Und das kannst du für dich nutzen. Und wie du als Führungskraft Teams jeglicher Konstellation erfolgreich führst und dich als Führungskraft weiterentwickelst, das zeigt dir unser Bootcamp für Führungskräfte. Tipp Nummer 4 zur Führung älterer Mitarbeitenden. Individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. Gehe auf die individuellen Bedürfnisse aller Mitarbeitenden ein. Und bei älteren Mitarbeitenden kann es sein, dass sie eben mehr flexible Arbeitszeiten möchten. Oder vielleicht Mentoring durch Jüngere extrem hilfreich wäre, wenn es um die Nutzung neuer Technologien geht. Wobei das ist auch schon ein Vorurteil gegenüber Älteren. Technologie ist nämlich keine Altersfrage. Aber mitunter haben ältere Mitarbeitende Ängste vor neuen Technologien, weil sie nicht Angst vor der Technologie, sondern vor der Konsequenz, nämlich vor dem Verlust des Arbeitsplatzes haben. Oder dass sie Angst haben, abgehängt zu werden, nicht mehr respektiert und geschätzt zu werden. Das ist ein Punkt, der hier mit reinspielt. Da ist es deine Aufgabe, sie eben aufzufangen, die Ängste zu nehmen und entsprechend zu unterstützen. Letzten Endes gilt für alle, vor allem aber für ältere Mitarbeitende, biete maßgeschneiderte Unterstützung und Entwicklungsmöglichkeiten an, um ihre Fähigkeiten zu fördern. Und damit kommen wir nämlich auch zum fünften Punkt, kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglichen. Unterstütze alle Mitarbeitenden, vor allem auch die älteren Mitarbeitenden dabei, sich weiterzuentwickeln und neue Kompetenzen zu erwerben. Zwinge sie aber nicht zu einem 5-Jahre-Entwicklungsprogramm, wenn sie in 12 Monate in Rente gehen. Biete ihnen Schulungen, die ihnen helfen, Workshops oder Coaching, damit sie sich an die neuen Technologien, anderen Herangehensweisen, neue Arbeitsmethoden auch gewöhnen. Nutze deine älteren Mitarbeitenden als Coaches und Mentoren. Und vielleicht bekommen sie da erstmal eine Schulung, wie sie das optimal machen. Und dann helfen deine älteren Mitarbeitenden als Mentoren hinsichtlich Arbeitsprozessen. Umgang mit anderen Menschen oder Kunden. Lernen aus Erfahrung. All die Dinge hast du als Möglichkeit, wenn du als junge Führungskraft deine älteren Mitarbeitenden richtig ins Team integrierst. Und weißt du, manch 50-Jähriger ist mental agiler als manch 22-Jähriger. Und manche 25-Jährige geht souveräner mit schwierigen Situationen um als ein 55-Jähriger Vertriebler. Deswegen kein Altersbashing, sondern die Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechend einbinden, respektieren und immer weiterentwickeln. Du kannst dich auch immer weiterentwickeln, indem du den Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen nach oben gibst und dir dieses Video anschaust, das ich extra für dich rausgesucht habe. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent.